Musik So, vor kurzem habe ich über Nachkommenschaft gesprochen. Immer wenn ich vom Heiligen Geist auf so ein Thema komme, dann ist das nicht abgehandelt für mich, dass ich mal an einem Abend darüber nachgedacht habe oder darüber gesprochen habe oder wie, sondern es begleitet mich ganz oft, es kommt immer wieder mal vor und ich lese dann viel dazu, forsche in der Bibel, was ist denn da, was ist da dran und ich höre nicht auf, bevor der Herr nicht so wie so ein Häkchen dran sitzt, so ein Okay-Häkchen halt. So, jetzt kannst du es abheften oder so. Und jetzt war ich wieder dran mit dieser Nachkommenschaft, nämlich, ich habe gelesen, erste Chronik. Und dieses Chronikbuch, das ist eigentlich nicht so ein Buch, was man sich so gerne vornimmt. Die meisten Leute, die in irgendwelchen Problemen oder in irgendwelchen Herausforderungen stecken, die greifen als erstes zu den Psalmen. Das mache ich auch. Weil die Psalmen, die sprechen uns aus dem Herzen, die holen uns manchmal wieder hoch, da liest du am Anfang, wie schlecht alles ist und mitten im Psalm begegnet dir, aber der Herr hat ja doch letztendlich den Sieg hervorgebracht. So, in dem Chronikbuch ist das etwas anders. Es ist ein total geniales Buch, ich sage es euch, ihr müsst da mal reingucken. Wir kommen gleich noch drauf. Ich will jetzt nicht über erste Chronik, zweite Chronik und alle Bücher natürlich euch da mit reinnehmen, nur ein bisschen am Anfang. Erste Chronik 1. Zu Beginn wird dir begegnen Geschlechtsregister, Nachkommenschaft, Aufzählung unendlicher Namen. Du hast schon Mühe als deutscher Mensch, diese Namen überhaupt zu lesen, geschweige denn, sie richtig auszusprechen. Weil die Betonung im Hebräischen ist tatsächlich immer anders. Und es ist ganz beachtlich, was da für Namen aufgeführt sind. Und ich habe mir gedacht, hey, ist ja cool, wer macht sich denn so eine Mühe, diese Namen aufrecht zu erhalten, über die Jahrtausende. Es ist doch gar nicht nötig, dass ich weiß, wie, jetzt fällt mir halt nicht so ein komplizierter Name ein, wie Abimele ich gelebt hat oder so. Sondern ich will doch jetzt wissen, was ist denn das jetzt mit meinem Leben, was hat denn das mit meinem Leben zu tun. So, die Chronik wurde geschrieben von dem Priester und Schreiber Esra. Da sind sich die Forscher wirklich einig, diese Bibelforscher, dass er das gewesen sein muss. Und lange Zeit hat man sich gefragt, wie ist es denn möglich gewesen, dass Esra überhaupt Zugang hatte, um alle diese Namen aufzuführen. Man hat dann später herausgefunden, es muss wohl so gewesen sein, dass Nehemiah, der Stadthalter, zu der Zeit, als er auch die Mauer gebaut hat, als er Jerusalem wieder gefestigt hat, will ich mal sagen, dass er eine Bibliothek eingerichtet hat. Und in dieser Bibliothek hat er schon Schriften gesammelt. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn du liest, 1. Chronik 1, der erste Name, der da steht, heißt Adam. Heißt, er muss gewusst haben, dass es Genesis gibt. Und er hat nicht daran gezweifelt, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Es werden in diesem ersten Kapitel vorwiegend die Männernamen aufgeführt, wenige Frauen. Aber Esra hatte diese Fähigkeit, und das bewundere ich ja manchmal, wenn Leute so wissenschaftlich arbeiten, medizinisch arbeiten. Sie sind so, wie soll ich sagen, sie arbeiten so exzessiv an einem Thema, dass sie wirklich Dinge rauskriegen und Dinge zusammenführen, damit andere hinterher einen Überblick davon haben. Also die gelernt haben, systematisch zu arbeiten, Fäden zusammenzubringen und sie wirklich darzustellen. Und das konnte Esra auch. Esra war selbst Priester und er hat auch so gedacht wie ein Priester. Und er hat diese Schriften gesammelt und gilt als der Autor dieser Chronik. Nun wissen wir natürlich, der Autor ist immer der Heilige Geist. Dahinter steht immer Gottes Absicht, dass er etwas festhalten wollte für alle Geschlechter, auf alle Geschlechter hin, in allen Generationen. All ihren Nachkommen sollst du etwas beibringen. Das gilt bis heute, dass wir als christliche Eltern den Auftrag von Gott haben, unsere Kinder zu lehren. Unsere Kindeskinder zu lehren. Und in dem 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wenn du deine Bibel liest, wirst du ausgerüstet, damit du jedes gute Werk tun kannst. Das ist doch echt ein gewaltiges Vorrecht, oder? Das ist doch genial. Warum hat Ezra diesen Wunsch gehabt, dieses Chronikbuch überhaupt zu schreiben, diese Namen da alle zu sammeln und darüber zu forschen? Der Grund war ganz einfach, denn er hatte den Auftrag, und ich glaube es war wirklich ein Auftrag von Gott, er hatte den Auftrag, die Juden, die aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt wurden, dass sie wieder angedockt werden, verbunden werden mit den Zusagen, mit diesem Bundesvolk, was Gott sich erwählt hat. Sie sollten sich wieder daran erinnern, dass sie etwas waren, was Gott gegeben hatte. Sie sollten ihr geistliches Erbe wieder in Besitz nehmen und sie sollten verstehen, wie wichtig Gottes Gebote sind, wie wichtig der Tempel ist, wie wichtig Priesterschaft ist und die Gottesbeziehung sollte wieder eingesetzt werden. Gott wollte, nachdem er das Volk ja, sie waren ja ungehorsam, deshalb kam ja die babylonische Gefangenschaft. Jetzt kommen sie wieder zurück und Gott beginnt ein neues Werk mit ihnen, ein neues, altes Werk eigentlich. Sie sind das Bundesvolk. Und dann das Allerwichtigste ist, Esra wollte, dass sie eine Erinnerung wieder daran haben, dass es da eine Verheißung gibt für das Volk, für das Bundesvolk, nämlich die, dass aus diesem Volk, aus diesem Stamm Judah, der Messias, der Retter kommen wird. Dass es da ein total wichtiges Amt gibt für dieses Volk. Dass sie verantwortlich sind dafür, dieses zu bewahren, dass aus diesem Stamm Judah der Retter kommen wird. Ihr könnt das nochmal nachlesen in 1. Chronik 17, Vers 14. Ein Nachkomme Davids sollte auf dem Thron sitzen und für immer herrschen. Das war die Absicht, die Leute, die aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft kamen, wieder neu zu fokussieren auf Gott. Ihr müsst euch vorstellen, 70 Jahre, wenn du 70 Jahre in einem Land lebst, wo nie gepredigt wird vielleicht oder wo nie Wort Gottes ausgeteilt wird oder so, wie würden wir denken, wie würden wir leben, nach was würden wir uns ausrichten? Und das war für Esra genau das gleiche. Er wollte wieder neu initiieren, dass es einen Gott gibt, der lebendig ist und der wirksam ist und der ein Bündnis mit diesem Volk hat. Und in dem ersten Kapitel von der ersten Chronik, da listet Esra die Nachkommenschaft von Adam bis Abraham und Israel auf. Israel, der vorher Jakob heißt und von Gott diesen neuen Namen Israel erhält und durch ihn das erwählte Volk eigentlich hervorkommt, die zwölf Stämme und wo Gott sagt zu Abraham, vorher durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wir sind Nachkommen Abrahams, dass gesegnet werden sollen alle Geschlechter der Erde. Und in diesem ersten Kapitel werden diese Geschlechtsregister der zwölf Söhne Israels ganz besonders aufgeführt. Das ist Gott ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Denn es musste im Neuen Testament dann später möglich sein, also das was wir das Neue Testament nennen, dass man die Geschlechterlinie zum Messias dokumentiert hat, festgehalten hat, dass das nicht irgendjemand sich spontan in den Jahrhunderten ausgedacht hat, sondern Gott war das ganz, ganz wichtig, dass es eine Generationsabfolge gab, dass es immer Söhne um Söhne um Söhne um Söhne gab, die diese Stammesfürsten waren. Und durch diesen Stamm Judah, durch diese besondere Stellung, da wollte Gott, dass dieser Heilstrom der Geschichte festgehalten wird. Es war Gottes Plan, dass Menschen gerettet werden sollten. Sie sollten nicht so bleiben, sie sollten auch nicht in der babylonischen Gefangenschaft bleiben. Gott hat nie davon geträumt, dass Menschen irgendwie zur Seite gebracht werden, gefangen sind oder so, sondern Gottes Traum war immer Rettung, Befreiung und Wiederherstellung. Und das ist genau unser Traum heute auch. Amen. So ist es. Bei all diesen Namen, da habe ich gedacht, ja, fällt mir ein Name auf. Ihr könnt das lesen, müsst ihr auch zu Hause mal studieren, ist total genial. Erste Chronik 4, Vers 10. Und Jabesh war angesehener, als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabesh und sagte, denn in Schmerzen habe ich ihn geboren. Das ist schon mal tough, wenn du so eine kleine Nachkommenschaft wie wir jetzt hast oder du hast ein Enkelkind, du hast selber ein Kind, du suchst den Namen aus, du verbindest mit dem Namen etwas ganz Besonderes, was du erlebt hast oder wo du einen besonderen Segen mit ausdrücken willst, dann ist das hier schon ein bisschen tough, finde ich. Wenn die Mutter dem Kind den Namen gibt, Jabesh, ich habe dich unter Schmerzen geboren. Aber dann sofort im nächsten Satz, da ist kein Ding dazwischen, da steht und Jabesh rief den Gott Israels an und sagte, und jetzt kommt es, das ist unser Wort für dieses Jahr, ich sage es euch, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sein und du mich vom Unglück fernhältst, sodass kein Schmerz mich trifft. Ist das nicht genial? Ist das nicht ein Gebet für uns alle? Ist das nicht eine Erwartung, die wir alle haben? Mensch, ich brauche das, dass Gott mein Gebiet erweitert, dass Gott seine Hand auf mir lässt, dass er Unglück von mir fernhält. Wenn Gott Unglück von uns fernhält, dann heißt das, dass er den Attacken, die der Feind auf uns abzielt, dass er Einhalt gebietet. Und dass genau das passiert, der Feind kommt auf einem Weg und auf sieben Wegen muss er fliehen. Das ist das, wenn Gott sagt, ich halte Unglück von dir fern. Und der nächste Satz davon wiederum heißt Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Hey, ist das nicht fett? Ich habe gedacht, eine krassere Zusage gibt es doch gar nicht. Das ist das, was wir uns alle so von Herzen wünschen. Wir beten was und dann wollen wir alle diesen Stempel bei Gott möglich. Wir möchten das Häkchen von Gott, dass er sagt, klar, mach dir keine Sorgen, hab alles im Griff, alles gut, alles läuft. Ich habe schon den Stempel dabei. Genau, Elke hat den Stempel dabei. Bei Gott möglich. So, dieses bei Gott möglich, das war zutiefst in Jabesh drin. Zutiefst. Und hier heißt es, er wandte sich an den Gott Israels. Er muss gewusst haben von Gott. Er muss mit Gott gelebt haben. Er muss mit Gott gerechnet haben. Und das, was bei dem Jabesh mich beeindruckt ist, wisst ihr, der hatte eine negative Geschichte hinter sich. Ich weiß nicht, wie die Familiensituation war. Wenn er immer mit so einem Namen rumgeeiert ist. Immer mit, wenn dich immer jemand ruft, hey, du hast mir echt Probleme gemacht, Kind. Aus dir wird ja nie was. Oder mhm. Das legt ja auch ein Level für diesen Menschen. Und trotzdem, der Jabesh hat sich nicht an irgendwelche natürlichen irgendwas gewandt, sondern er hat sich entschieden und hat gesagt, habe ich nichts mehr zu tun. Diese negative Identität, dieses, was über mir gesagt wurde, das ist nicht Stand meines Lebens, nicht der Stand, der jetzt mich mit in meine Zukunft begleiten wird. Sondern das Alte lasse ich hinter mir und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist das, was als Zeugnis im Neuen Testament von Paulus wiederkommt. Der Jabesh hatte nicht zugelassen, dass das Negative, was er erlebt hat oder gehört hat oder unter dem er war, seine Zukunft gestalten darf. Der hat nicht akzeptiert, dass er da bleibt, wo er ist. Denn es heißt ja hier ganz am Anfang, und Jabesh war angesehener als seine Brüder. Das heißt, er war bevorzugt, er war wertvoll, er war jemand. Alle haben ihn gekannt. Alle haben von ihm gesprochen. Er hatte ein gutes Zeugnis. Weißt du was, ich möchte ein gutes Zeugnis von meinem Leben haben. Ich möchte nicht, dass irgendwie Leute sagen, ach die, ach du meine Güte, ach du Schreck, ne, und die wollen fromm sein. So irgendwas. Und das ist eine große Verantwortung, ihr Lieben, die wir haben. Dein Leben redet lauter als das, was du manchmal sagst. Oder was du oft sagst. Du musst fokussiert sein, dass das, wie du lebst, wie du in deiner Familie lebst, wie du mit deiner Nachkommenschaft umgehst, wie du mit deinen Nachbarn umgehst, wie du mit der Kassiererin umgehst, das Leben wird ein Zeugnis haben. Es muss ein Zeugnis haben. Jabesh war angesehener. Er führte einen Lebensstil, den alle sehen konnten. Und er war geehrt unter den Brüdern. Ich denke mir, wie kommt das zustande, dass wir so ein Leben führen können? Das ist ein, auch da, an unserem Lebensstil, an das, wie wir auftreten, wie wir sind. Und dass Gott sein Jawohl dahinter setzt. Gut gemacht. Guter Knecht. Treuer Knecht. Du hast nicht alles verbuddelt und vergraben und hast dich in Schutt und Asche gehüllt, sondern du bist vorangegangen. Du hast meinen Auftrag erfüllt. Du hast das gemacht, was ich gesagt habe. Und manchmal war es schwierig für dich, meinen Auftrag auszuführen. Aber ich habe gesehen, du bist treu. Ich habe gesehen, du willst. Ich habe gesehen, du bist auf dem Weg. Das will Gott in unserem Leben sehen. Und ich glaube, dass es nur geht, wenn wir ein hingegebenes Leben führen. Wenn wir zuerst Gott sehen. Es heißt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird er dazufügen. Das, was Jabesh sagt in diesen paar Sätzen, das spricht für mich von einer großen Kühnheit. Es war damals nicht so dieses Verhältnis, was wir heute haben, Jesus und ich. Dieses Freundschaftliche, dieses Offene, diese Beziehungsgeschichte. Sondern Gott war Gott. Er war der Gott Israels. Aber diese Nahbarkeit, das war schon echt kühn. Und ich dachte, hey, der hatte echt eine Kühnheit. Der ist mit Kühnheit vorangegangen und hat gesagt, hey Gott, segne mich. Dass du mich doch segnest und dass du doch mein Gebiet erweiterst. Der hatte schon Gebiet. Der hatte schon Zuweisung. Der hat ja schon sich ausgebreitet. Er war ja jemand geworden. Und trotzdem war es ihm nicht genug. Der hat vielleicht schon gewusst, unseren Spruch von heute, Gott hat mehr für dich. Der Jabesh, der hatte eine Freimütigkeit und eine Kühnheit. Und das ist auch vom Neuen Testament, was wir immer so im Hinterkopf haben. Wir kommen mit Kühnheit zum Thron der Gnade. Und da bitten wir und da stehen wir und sagen, Herr, guck an und erweitere mein Gebiet. Hey, du hast mir Gaben gegeben. Bilde mich aus. Mach mich fähig. Mach mich stark. Mach mich mutig. Mach mich zu jemand, der dein Wort verkündet in Kraft. Lass mich Zeichen und Wunder deiner mächtigen Gnade sehen. Das ist, wenn wir mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen. Und wenn wir mit Freimütigkeit zu Gott reden. Gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkünden. Gib uns Freimütigkeit. Wisst ihr was? Ich bin auch oft so ohne Freimütigkeit, wenn ich bestimmten Leuten gegenüberstehe. Dass ich auch denke, ach naja, die mögen das vielleicht nicht so, wenn ich von Gott rede. Gib uns Freimütigkeit, dass wir das runterholen, was uns eigentlich gehört. In 2. Chronik 20, da wird das geschrieben von dem Joschafat, von dieser Kampfauseinandersetzung. Zu Freimütigkeit und Kühnheit gehört unbedingt Vertrauen in Gott. Dass ich weiß, wer Gott ist. Dass ich weiß, wer Jesus ist. Dass ich weiß, der Heilige Geist, der lebt in mir, der bewegt sich in mir, der ist ausgegossen. Und er will aus mir heraus fließen. Das ist das, was ihr auch in 2. Chronik 20 lest. Vertraut auf den Herrn, euren Gott und ihr werdet bestehen. Wir brauchen das Vertrauen in diesem Jahr. In tausenden von kleinen, Kleinstgelegenheiten und Möglichkeiten. Ohne Vertrauen in Gott geht es nicht. Vielleicht haben wir wie Jabesh viele Gründe, deprimiert zu sein über das ein oder andere Problem. Vielleicht dem Reden in uns. Oh, das ist manchmal so schrecklich. Die Gedanken, denen man so ausgeliefert ist manchmal. Oder andere Menschen, die etwas über uns sagen, dass wir dem mehr glauben, was nicht geht, als dem zu glauben, wo der Herr sagt, geht. Gott, ich mache es für dich, ich mache es mit dir, ich mache es durch dich, ich verändere die Dinge, ich bin der Autor deines Lebens, dem was du tun sollst, ich werde den Durchlass schaffen. Und sogar dieses, es geht nicht, gegen die vermeintlichen Daumenstrauben, die der Feind antritt, in unserem Leben festzuhalten und zu sagen, doch geht. Es geht, weil Gott es gesagt hat. Vielleicht sieht es im Natürlichen wirklich schlecht aus, aber wenn es mal nicht gut aussieht, dann gehst du zu Gott und sagst, Gott erweitere mein Gebet. Du hast mehr für mich und ich lasse nicht locker. Du hast mehr und du weißt und du siehst und du redest und du arbeitest hinter den Kulissen für mich. Und ich halte fest an dem Glauben, an einen großen Gott, der in mein Leben eingreift und eingreifen wird, immer, egal wie die Situation aussieht, egal was Menschen sagen oder Menschen für möglich halten, wo der Feind mir Mut und Zuversicht rauben will, werde ich immer noch sagen, Gott erweitere mein Gebiet. Und steckt die Zeltflöcke weiter, heißt es an einer anderen Stelle. Da denke ich immer dran, wenn mein Zelt so ist und ich denke, nicht das Gewohnte und wie wir es schon immer gemacht haben, nicht das ist es, sondern steckt die Zeltflöcke weiter. Und der Herr wird unser Gebiet erweitern. Er wird auch dein Gebiet erweitern. Ich weiß es. Ich weiß, dass Gott mehr für uns hat. Mein Erlöser lebt. Er ist der, der aus dem Stamm Judah gekommen ist, der nachweislich in der Bibel aufgeführt ist. Du kannst es lesen und du kannst mit ihm leben. Und das ist für mich dieses große Wort für dieses Jahr 2020. Erweitere mein Gebiet. Halte Unglück von mir fern. Lass deine Hand über mir sein. Lass kommen, was du in deinem Plan hast. Und Gott hat mehr für uns. Amen. Musik 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 Musik